Stimmt, ich kann den ja noch ausrauben. Dann nehmen wir uns den hier oben eben noch vor. Okay, wir können auch wieder hoch. Gut. Der schon weg ist. Ist dann... Was ist überhaupt... Okay, hier oben ist sowieso nichts mehr. Dann werden wir runter. Wie der hier stand mit dem Gas. Wenn es mir schon was tut, was ist dann mit ihm? Sprechstens waren es schnelle Tode. Nur einer, den habe ich nicht schnell töten können. Gut. Einmal Hände entschwitzen. Wo müssen wir hin? Was ist denn hochkettet? Aha. Hoch müssen wir also. Und jetzt keine Solarien mehr, ja? Reicht jetzt mal. Wäre so schön gewesen. Da schießt noch einer. Ach, komm schon. Das war nichts. Ist er tot? Nein. Was hast du für mich? So wirst du da nicht drankommen. Ja, und ich auch nicht. Wo ist er? Ja, brennen sollst du auch. Wenn du die ganze Zeit mit Bomben schmeißt, kommst du da nicht so weit. Hat er sich selbst in die Luft gejagt? Er hat sich selbst in die Luft gejagt. Oh Gott, wie doof muss man denn sein? Ach, wenn man wahllos einfach mit Bomben schmeißt. Und selbst schuldig. Wie viele habe ich noch? 39. Wer hängt dort? Oh, Pfeile. Ah, geht nicht. Das ist alles. Hallo? Ja, mach. Ähm. Hier ist nix für mich. Hier ist nix für mich. Ja, nein. Das ist nix für mich. Ja, das ist nix für mich. da müssen wir hin und kann nicht nehmen hätte vielleicht auch einfach das glas nehmen können schön nicht das richtige jetzt aber jetzt explodieren lassen warte aus dem weg und jetzt mal ein paar pfeile wieder wollen wir was zurücklassen ha geht alles hoch scheiße ich muss nur rennen wohl nix für uns ah kacke genau das feuer weiß mir den weg oh nein wir wissen aus erfahrung das ist nicht gut oh nö jetzt müssen wir ja tasten raten scheiße und runterfallen das war anscheinend richtig oh 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 kacke ja noch nicht ja ich bin der stürzt einfach nicht so und jetzt so fast Ich kann ihn nicht mehr sehen. Hehehe. Oh, ah. Das war echt nachläufig. Das war viel zu leicht. Herr Antrim, kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Prin? Ja? Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Okay, damit kann man irgendetwas machen. Erstmal raube ich die ein bisschen aus. Das war viel zu leicht. Ist das eine Ölmache? Ach, was du nicht sagst. Brennen. Das war auch zu leicht. Ach du. Ich versuch's ja. Das war aber nix. Ich hab's gesehen. Wie krieg' ich das denn los? Da drüben. Ich werde da nochmal hoch. Mal gucken. Vielleicht komm' ich ja irgendwie drüben. Müsste mein Gewicht nicht schon reichen? Ah. Das war es nicht. Nein, wie komme ich da hoch? Da nicht, nein, da nicht. Komm ich von der Plattform dahin? Muss ich irgendwie da hoch? Das geht nicht. Das aufdrehen, oder da irgendwie durch. Ja. Ich habe selbst keine Ahnung. Ja. 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 Jetzt komme ich nicht irgendwie hoch, Ach nein! Erstmals wird der... Nein! Irgendwas wird da fehlen. Weiß ich, ich muss nur irgendwie da hochkommen. Hm, gucken wir noch mal von da oben. Das war knapp. Ach, das muss getypt sein. Okay, das ist dann ja... leicht, in Anführungszeichen. Scheiße! Wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten! Der kippig Boden ist weg! Runter! Der hat überhaupt keinen Boden mehr! Du bist großartig diesen Ding! Scheiße! Ja, was mache ich jetzt? Pass auf, wo du stehst! Alles wird sein! Ich stehe ja nicht! Ich hänge! Ha! Ha! Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall nicht das! Ha! 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 Ich laufe! Ich laufe! Ich laufe. Du hab nicht vorher. Das war klar. Ich laufe. Ich laufe. Das war klar. Ich meine, die haben ein Problem... Irgendwo festhalten! Der kippig Boden ist weg! Die runter! Der hat überhaupt keinen Boden mehr! Da muss mich nicht mehr machen! Das hört sich weh. Wir warten mal ein bisschen. Mal gucken, was passiert. Soll man es irgendwie schwingen? Ha-ha-ha! Na komm, Lara, weiter! NEIN! Hu 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 hu. Und jetzt? Okay. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen da rüber. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich vorhabe. Ich versuch's. Ja, 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 ja. Ich kann nicht zwei, äh, Pfeile auf einmal abschießen. Aber so vielleicht. Wenn ich von hier schieße, müsste ich doch beide treffen. Das ist gar nicht dumm. Echt mal. Gut gemacht. Jetzt muss nur noch ich rüber. Wie immer. Bitte. Nein. So weit gegangen. Egal. Kann auch nur mir passieren. Immer so. Wo auch immer die sind. Wir werden wahrscheinlich noch ganz vielen Solarium begegnen. Wir sind jetzt rein. Ja, wie?